hallo meine lieben ich weiß hier sieht es immer noch aus wie müll aber ich bin jetzt die woche in schweden mit meinen handballer kindern und wir machen eine woche handball turnier und dann komme ich wieder dann habe ich noch eine woche urlaub und dann werden mein bruder und ich endlich das neue büro schrägstrich studio einrichten und dann ist der hintergrund auch wieder ein wenig anschaulicher heute will ich mit euch das command fest 2023 revue kapitulieren lassen es war vom 23 bis zum 25 6 das heißt ist jetzt schon wieder krass es ist schon wieder eine woche vorbei es war ein wunderbares wochenende richtig viele tolle menschen kennengelernt vielleicht ja auch dich viele kollegen viele künstler content creator spieler sammler patreons und einfach tolle menschen kennengelernt aber ich möchte hier eine geschichte erzählen von a bis z weil mir echt zwei sachen passiert sind die so einen rahmen bilden um das wochenende und es ist einfach verrückt und deswegen möchte ich euch erzählen wer hier keine lust dazuzuhören kein mehr daraus zieht dann schaut einfach an den nächsten tagen wieder rein dienstags donnerstags und sonntags kommt immer ein video dann ist das nichts für euch ich rede einfach nur ein bisschen über das command fest und aus meinem leben so also donnerstag am 22 6 bin ich zu meinem bruder gefahren der wohnt in hannover und wir haben ein bisschen quality teil gehabt haben uns den burger geholt in der haplinden keine werbung da ich da alles selber bezahlt habe aber trotzdem war sehr sehr gut also schön bürger gegessen je gegessen und spaß gehabt mit meinem kleinen bruder wie gesagt der wohnt in hannover ich komme aus uelzen circa eineinhalb stunden von der gesamtstrecke von uelzen nach meintal dörnigheim schon gespart und so bin ich dann frohen mut ist am nächsten morgen nachdem ich noch gearbeitet habe losgefahren aus hannover nach meintal denn am freitag ging es ja schon los um 15 uhr meine ich ich wollte pünktlich da sein weil ich von meinem kanalpartner und sponsor ultimate guard von 16 30 bis 18 30 am stand sitzen durfte für ein meet and beat mit euch das heißt ihr konntet vorbeikommen gegen mich pioneer oder unsanctioned decks zocken und wenn ihr nämlich gewinnt dann gab es eine packung cortex liefst haben auch einige bekommen glückwunsch an alle gewinner ja ich fahre und fahre und fahre und ich habe einen vw polo von 2007 vor drei monaten gekauft für 2600 euro ich habe dann noch 100 euro für allwetter reifen bezahlt ganz jahresreifen und vor einer woche 210 euro für den letzten check-up weil der ein bisschen öl verbraucht hat oder ein bisschen viel öl verbraucht hat und airbag leuchte ist angegangen und ich hatte den langen trip vor mir deswegen habe ich da noch mal geld bezahlt also insgesamt sagen wir mal bin ich bei 3000 euro vor drei monaten für den vw polo warum sage ich das ja nicht ganz irrelevant dann fahre ich weiter und ich fahre nach göttingen in meine alte motor lief ein wenig unrund denn er hat auch nur 50 ps dieser polo ich war mir nicht ganz sicher wie verhält er sich jetzt auf hügeliger straße manchmal fühlt es sich nach leistungsverlust an aber es konnte halt auch einfach sein dass die berge meinem kleinen motor dem dreizylinder polo doch einfach zu sehr zugesetzt haben deswegen bin ich abgefahren habe noch eine kleinigkeit gegessen und getankt genau und dann den ölstand kontrolliert und der motor war komplett trocken leer gelutscht obwohl ich wirklich 1000 kilometer früher drei liter öl glaube ich komplett drin hatte also der war auf maximum wo ist das öl hingegangen wo ist es ich wusste es in dem moment nicht hat ein liter nachgekippt und ab dem moment gebetet dass ich ankomme und dann kümmere ich mich um den rest weitergefahren weitergefahren nach einer stunde immer mehr richtung kassel und über kassel hinaus kasseler berge ist den meisten von euch vielleicht ein begriff sehr sehr hügelig für uns nordlichter sowieso und ich habe noch mal angehalten noch mal ölstand kontrolliert und sah soweit alles gut aus denn ich hatte die gleichen probleme wie vorher mal ist ein berg mit 120 im fünften gang rüber gefahren mal musste ich den dritten gang runter und er trotzdem ging ging die geschwindigkeit runter auf 80 78 76 ja das fühlte sich nicht cool an wenn die lkw ist gefühlt schon dichter von hinten auffahren aber ich bin absolut kein auto profi und mein auto guy dem ich die woche vor 20 euro bezahlt dafür in checkup hat gesagt patrick damit kannst du fahren so habe ich doch gemacht dann fahre ich und in bad ob passiert das was ich niemandem wünsche seht ihr den da geile panne auf der a66 keine ahnung ob oder wann ich zum command test schaffe motorkontrollleuchte geht an und ich kann nicht weiterfahren nicht nur die motorkontrollleuchte sondern das auto ist einfach nicht mehr gefahren ich bin aus einer bergkuppe auf der a66 50 kilometer vor frankfurt auf den pannenstreifen gefahren waren blinker an waren dreieck 150 meter weiter weggestellt wieder zum auto adrc angerufen adrc sagt aufgrund sommer bitte online panne melden wir sind ausgebucht ich auf adrc.de slash hilfe das steht als allererstes mal genau das was ich gerade gemacht habe soll ich nicht machen raus aus dem auto denn ich saß wieder im auto weil es hat geregnet ja aber klar wenn dann ecke die reinballert bin ich tot deswegen aus dem auto gestiegen mein rucksack mitgenommen 150 meter weitergegangen weil da war nämlich dann leitplanke mich dahinter gestellt und gewartet angegeben wo ich bin akku war bei elf prozent wegen podcasts danke an radio rafnika und nackt und rosa an dieser stelle und navi es war wirklich adrc ruft mich an der akku kannst du angucken wie von elf auf zehn auf neun auf acht auf sieben prozent runter geht ich habe noch eine insta story gemacht zwar die gleiche ja akkufresser aber ich wollte halt allen leuten mitteilen dass ich es nicht rechtzeitig schaffe auch den leuten die sich bei ultimate guard gefreut haben gegen mich mieten und zu bieten und ja alter war das eine unangenehme zeit ich stand dann die autos sind ganz schön schnell dann kam der adrc typ war richtig unhappy mit meinem spot wo ich stand weil es echt eine gefahrenstelle war nach zwei stunden circa wurde ich dann runtergeschleppt auf so einen pendlerparkplatz in der nähe von bad op da steht das auto heute immer noch wird hoffentlich oder ist jetzt hoffentlich schon abgeholt so mal gucken ob die scheiben eingeschlagen sind aber es ist nicht mehr mein auto ich muss mich nicht mehr darum kümmern es ist nämlich komplett kaputt zylinder kaputt oder so ich habe es verkauft für grandiose 200 euro sind wir also bei 26 plus 210 28 plus 100 291 minus 200 2710 euro für dieses auto bezahlt für drei monate nutzung so und dann war ich also in bad op das ist noch lange nicht mein teil der adrc typ sagt sie ruft gleich ein abschlepp unternehmen an die stecken sie dann ab und dann können sie sagen was machen wollen haben die mich angerufen die wollten für über 500 euro mich abschleppen nach hanau und dann sollte ich noch 150 euro für die verwertung bezahlen also noch mal schön 700 euro dass mein auto dann in müll kommt und hatte ich gar keinen bock drauf deswegen habe ich dann anders geregelt ganz ganz fettes schaut an mein partner alti mit guard premium protection und premium service denn normen bei instagram siki alters denn er altert auch magic karten hatte sogar live gemacht auf dem command fest der hat mich einfach abgeholt und mir das leben gerettet ich war da auf so einem wilden parkplatz da sind leute langsam vorbeigefahren das sah aus wie ein drogen umschlags ort also danke an normen dank an siki alters und dank an alti mit guard dass ihr mich abgeholt hat aus diesem höllenloch eigentlich wollte ich gar nichts mehr machen ich wollte ins hotel und schlafen und weinen aber normen hat mich dann mitgenommen zum command fest ich habe mein t-shirt gewechselt und deo genommen und bin da durchgegangen und dann war es ein richtig cooler tag ich habe abends geschlafen wie ein baby wir haben noch im hotel gegessen und was getrunken und ich bin einfach wie ein stein eingeschlafen und damit war das dann vorbei samstag und sonntag wie gesagt viele tolle kollegen getroffen bei jk eingeladen waren brewers kitchen den man vom mtg goldfish channel vielleicht kennt solaris herumkommandiert und ich dann gab es noch uno mtg eternal battlegrounds game re von radio rafnika mina maria mina keks ich vergesse welche maas von off topic commander ups old salt ultimate guard offensichtlich und damit auch danni und nackt und rosa wen habe ich noch gesehen travel with magic fin of magic mtg waffle heißt der so naja bunte knete und viele andere die ich die ich wahrscheinlich dann nicht gesehen habe aber ich weiß dass ihr da wart finkses german magic stories danke an alle dass ihr da wart und das command fest zu dem gemacht hat was ihr was es war und auch danke an alle von euch die gegen mich gespielt damit mir geredet haben nicht angesprochen haben mir nette worte gesagt haben also wirklich es war toll war wirklich toll 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 alles zusammen war richtig geil so das waren samstag und sonntag in der nutshell es war einfach ein geiles event da ich kein auto mehr hatte hat mich ein anderer patron von mir las ganz herzlichen dank auch an dich mit extra umständen denn er wohnt nicht in ölsen nach hause gebracht nach hause mitgenommen und dafür ein ganz herzliches dankeschön eine tolle community nicht nur durch sponsoren sondern auch einfach durch menschen wie euch und auf dem weg nach draußen haben wir uns noch zwei lord of the rings collector booster durch ticks eingetauscht ich wollte mir eigentlich das riders of rohan commander deck holen das kostete auch 140 tics oder ein collector booster was auch 140 tics kostete ich alter gambler one of one ring holt sich nicht von alleine bin lotto spielen gegangen habe mir das lot of rings collector booster für 140 tics geholt und auf wiedersehen gesagt auf die straße und las hatte ziemlich hunger deswegen sind wir schon zum nächsten rastplatz gefahren für las gab's subway für mich mackie die mcdonald's und bei mcdonald's an der schlange an der kasse überkam es mich ich habe richtig ehrenlos das booster aufgerissen das musst du richtig doll machen weil diese booster halt gefühlt aus aluminium bestehen guck mir die erste karte an kommen guck mir die zweite karte an kommen guck mir die dritte karte an kommen und gucke mir die vierte karte an und es ist keine kommen es war keine deutsche karte es war keine englische karte es war eine foil karte und es war diese karte na komm für euch nehmen sie raus ich zieh einfach bei mcdonald's an der kasse den ring nummer 429 von 700 den zwergen ring nummer 429 nummeriert bei card market ist er für über 3000 euro drin jk hätte ihn sofort für 15 angekauft und somit karma göttin sei dank wirklich ist das kaputte auto direkt vergessen ich hatte direkt gute laune und ihr müsst euch vorstellen wie ich bei mcdonald's an der kasse stand also ich mache das booster so auf erste karte zweite dritte und meine reaktion legit war und in die hosentasche ich habe es im auto gesagt ich wenn ich den einen ring gezogen hätte hätte ich sie wahrscheinlich nicht gesagt nicht dass er dann doch noch im wald abbiegt und vergisst mich nach hause zu bringen aber 429 von 700 auf dem command fest für 140 tics besorgt und jetzt bezahlt mir mein neues auto bzw es bezahlt das alte auto und neues werde ich mir wahrscheinlich lesen weil ich keinen bock mehr habe auf alte scheiß autos die mich nicht zuverlässig von a nach b bringen das ist die klitzekleine geschichte die ich euch erzählen wollte einfach kamer auto kaputt zu ringen super lustig also es war abends habe ich meiner mutter noch erzählt ich habe so gesagt in den boostern sind ja außer eine karte drin oder noch wundering der zweieinhalb million wert ich habe nicht den one of one ring gezogen aber das nächstbeste übernächstbeste nicht den elben ring sondern den zwergen geil 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 jetzt hat mich ultra glücklich gemacht falls du den 429 von 700 ring haben möchtest schreibt mich gerne an bei kartenmarkt habe ich ihn für 31 57 euro 90 eingestellt weil genau dieser betrag abzüglich fünf prozent kartenmarktgebühr sind 3000 euro aber falls jemand haben will schreibt mich einfach bei instagram oder discord oder per e mail an da findet man weg und das ist meine geschichte danke an alle die das command fest zu dem gemacht haben was sie waren was es war geiles wetter nicht zu heiß viele spiele viele menschen es war für mich einfach das perfekte event in 20 23 in deutschland und wer es schafft wir sehen uns am 29 7 bei der magic con in barcelona und da hoffe ich dann einfach dass ich dort aus den gift bundles the one of one ziehe denke ich oder vielleicht ein elben ring vielen dank fürs zuschauen